Ja, der Schwarzwasch ist ja ein absoluter Turnierfisch, deswegen haben wir uns gedacht, beziehungsweise wurden wir herausgefordert zu einem Wettkampf von den Jungs hinter uns. Wir nehmen es ernst auf jeden Fall, wie man sieht, wir haben unser Turnier-T-Shirts extra angezogen, weshalb. Ja, willst du uns kurz erklären? Ja, warte mal, lass erst mal der Lukas erst mal vorstellen. Aus Schwaben. Und der Toni. Aus Freiburg. Das mögen sie immer gar nicht, die Badena, wenn sie als Schwaben bezeichnet werden. Und jetzt, wer bist du? Mario bin ich. Du musst dir da oben aufstehen. Rauch, aufgeraut. Erklär uns doch mal kurz den Modus. Wir fischen heute das kleine Turnier in einem typischen Schwarzwasch-Style, das heißt, wir haben zwei Boote am Start, fischen jeweils den See und haben die Möglichkeit, durch die Beißboote die Fische in den Fischkasten zu machen. Das heißt, jeder fischt bis er fünf Fische hat. Und dann können wir am Ende quasi sagen, wer die meisten Fische, beziehungsweise das meiste Gewicht zusammengebracht hat, und der kriegt heute Abend Bier umsonst. Man muss dazu sagen, die Jungs sind Experten. Die sind hier, ihr seid oft und zum Schwarzwaschfischen sehr, sehr oft. Wie gesagt, für mich war der Gäste, war gestern der erste Tag zum Schwarzwaschangeln. Hannes kennt das ja schon. Schwäßchen. Und um im Vorhinein schon eine Ausrede zu haben, die sind natürlich einer mehr als wir. Das heißt, es wird nicht so ganz so einfach für uns, aber ich glaube, wir schaffen das schon. Auf Spaß, Eben, Berlin. Ja, Strategie heute, Jungs. Wir werden heute auf jeden Fall mal erst mal die Natureinwirkung einschätzen müssen, wie viel der Wind uns heute zu schaffen macht. Wenn wir viel Wind haben, würde ich sagen, gucken wir, dass wir mit dem Powerfishing, Crankbait, Spinnerbait, viel Strecke machen, die Fische finden und die Paar, die da sind, abgreifen können. Wenn der Wind es zulässt heute Morgen, suchen wir unsere Spots auf, wo wir mit dem Light Texas und mit dem Rubberchick bisher am besten gefangen haben eigentlich. Und vielleicht schaffen wir es heute Abend noch, wenn es der Wind zulässt, an unseren Top-Spot, auszufahren, wo wir bisher die ganzen großen Fische gefangen haben. Und können, das ist aber geheim, das ist geheim, ja. Und können dann mit ein bisschen Glück aber auch eventuell eine richtig schöne Bombe noch nachlegen. Vielleicht, wenn alles geil läuft, sogar noch ein schöner 2-Kilo-Fisch, um die Berge nochmal richtig schwer zu machen für heute Mittag. Und dann schauen wir einfach, dass wir so viel wie möglich Gewicht zusammenkriegen heute, würde ich sagen. Ja, Hann ist auf jeden Fall der Barsch-Erfahrenere von uns und deswegen probiert er immer ganz viel und das ist auch für die Turniere super. Heute Tube und Texas Rig und ich bleib ganz klassisch bei, also ganz klassisch, für mich klassisch, bei einem Rubberchick. Und deswegen? Weil ich gestern ganz gut darauf gefangen habe. Genau. Und weil ich für die Bestellung und die Orga zuständig bin. Jeder hat so seine Aufgabe. Genau. Habe ich vorher nochmal groß bei Karmoteckel eingekauft und werde dem Dustin jetzt einen Bestand an Rubberchicks aushändigen, mit dem er locker über den Tag kommt. Nämlich eins, zwei, drei. Sind das halbe? Ja. 15 Dinge. Und 20 hast du mir versprochen. 20 habe ich ihm versprochen, aber ein bisschen das behalte ich dann doch ein, weil ich gestern ganz schöne Verluste habe. Also ich bin mit 40, 40 habe ich bestellt, 10 habe ich mir, glaube ich, noch privat mitgebracht und gestern habe ich schon 7 verballert, teilweise in aufeinanderfolgenden Würfen, sehr schmerzhaft. Schwarz und Chartreus, darauf habe ich gestern den Großen gefangen. Mirko, unser Guide von gestern, sagte auch, das ist eine gute Farbkombination, deswegen werde ich jetzt darauf setzen. Ich meine, es ist nur ein kleines Turnier gegen die anderen, aber gewinnen wollen wir es trotzdem. Hey Leute, es ist jetzt 10 Uhr. Die Competition geht bis 18 Uhr, also 8 Stunden. Um 13 Uhr telefonieren wir uns das erste Mal zusammen zum ersten Way-In. Auf die Plätze, fertig. Und go! Okay, es sieht so aus, als hätten beide Themen wahrscheinlich den gleichen Plan, nur dass wir vorfahren, was prinzipiell nicht der schlechteste Weg ist. Oder? Dustin! Ja, warum schreist du mich so an? So, hier sind wir im ersten Spot und heute ist Light Texas hoffentlich der Bringer. Der Wind lässt zu. Wir sind jetzt hier an einem Spot, wo wir wissen, dass wir Fisch da haben. Und zwar relativ eng an einer Stelle. Dementsprechend beackern wir die jetzt ein bisschen, schauen, dass es klappt. Und haben uns aufgeteilt. Einmal einen Jig, Light Texas Wacky. Dementsprechend hoffen wir mal, dass wir damit genügend Variationen drin haben, um zu fangen. Und melden uns hoffentlich gleich mit dem ersten Fisch. Der erste Fisch jetzt im Turnier gibt natürlich Mut. Total einen Fehler gemacht. Der hat direkt unter der Routenspitze gebissen. Und ich habe direkt angehauen. Und macht man natürlich nicht beim Schwarzwaschangeln. Aber ich habe Glück gehabt. Und der Fisch hing. Ja, das ist jetzt hier unser erstes Schwarzwasch für heute. Hannes hat gerade schon ein Fehlbiss gehabt. Die Jungs sind da. Wir sehen, die haben noch nichts gefangen. Das heißt, wir sind schon mal gar nicht so schlecht im Rennen. So, der kommt in die Lifeway. Und dann geht's weiter. Das war der erste richtig brutale Biss, den ich jetzt hatte. Also der war richtig krass bei mir. Deswegen habe ich auch direkt angepfeffert. Weil es wie so ein Zanderbiss war. Das ist ein schöner Spinnerbait-Fisch. Klar nicht draufgegangen. Wir haben jetzt einen großen Felsen unter Wasser aufgesucht. Spinnerbait und Crankbait schön dagegen tocken lassen. Und da ist das Resultat. Weiter, dritter Wurf. Statt größer Spinnerbait, schöner Biss. Ja! Nice. Schön, zweiter Fisch jetzt. Wir angeln eine halbe Stunde vielleicht. Hannes hat auch gerade ein, zwei Bisse gehabt. Leider nicht bekommen. Jetzt zählt jeder Fisch im Turnier. Unsere Side-Challenge, die wir noch haben, den 50er zu fangen, haben wir natürlich nicht damit hier geschafft. Aber für unser kleines Turnier ist das natürlich super, wenn wir so einen Fisch jetzt noch im Lifeway haben. Also, schnell ins Lifeway und dann geht's daran, weiter zu angeln. Yes! Never change a winning team. Ich habe jetzt gestern und heute sehr gut aufgeben hier gefangen. Deswegen werde ich den auch wieder ran machen. Crazy Flapper. Von Hannes. Meine sind leider leer. Ich habe gestern diese Verpackung hier verangelt. An Fischen, aber auch an Steinen. Naja, wir haben noch ein paar andere dabei. Gucken wir mal. So, schnell montieren und weiter geht's. Wir haben jetzt unseren Big Fish Spot ausgefischt. Man hat zwei Fische geschenkt, leider keine großen. Wir halten uns den eventuell als Option nochmal, bevor wir einen kompletten Streckenwechsel machen. Wir haben jetzt gesehen, dass der Wind ein bisschen hochkommt. Das bedeutet, den Jig zu fischen und das Lighthacks zu fischen, ist ein bisschen schwierig. Von daher haben wir uns entschieden, dass es bei Winden immer gut ist, Winterbaits zu fischen, Crankbaits zu fischen, die Powerfishing-Nummer durchzuziehen. dass wir das jetzt vorne an einem Spot machen, wo der Lukas die Woche auch schon Fisch gefangen hat. Den haben wir die ganze Woche nicht beackert. Extra für heute. Und jetzt schauen wir natürlich mal, was da noch so passiert. Vollgas, siehst du, Männer, Feuer frei. Jetzt war es also bei mir auch soweit. Hier, Abriss. Man sieht wunderbar, wie das Fluorcarbon aufgeriffelt ist. Das ist ein 40er Fluorcarbon. Die Steine hier sind höllisch scharf. Und, ja, die Rubberchick-Auswahl verkleinert sich stetig. Nicht so schlimm. Wir haben ja viele dabei. Nehmen wir mal Green Pumpkin. Oder? Leute, was sagt ihr zu dem Klassiker? Den kombiniere ich dann auch mit einem aggressiven Krebs. Meisterwerke der Chickbau-Kunst. Wirklich wunderschöne Teile. Tut echt weh, wenn du da eins nach dem nächsten versenkst. Nicht verkehrt, aber schon der Kleinst. Wir haben den Rand. Wir sind die Tübe. Yes, Hannes. Auf die Tube. Hannes mit der Tube. Ich sage ja, Hannes ist der Mann für Experimente und beschert uns den dritten Fisch. Eine Rakete. Mann-O-Meter. Aber jeder Fisch zählt. Ich meine, ich habe jetzt echt, glaube ich, ich habe den... Ich tue ihn jetzt mal in die Leifel, bevor ich rumquatsche. Das war jetzt mein vierter Biss. Mann, ey. Drei auf die Tube. Einen auf dem Texas-Rig mit einem Wurm. Da hing der Fisch. Der war aber nur so groß. Insofern verschmerzbar. Aber die zwei ersten haben schon genervt. Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen froh, dass ich mit der Tube, mit der ich ja in Bolsena richtig die Guides auch zum Wahnsinn getrieben habe. Die haben danach erst mal alle Tubes eingekauft. Sieht so fertig aus, der Köder. Aber man hat auch ein bisschen weniger Hänger, habe ich das Gefühl. Und ich habe heute schon ein paar Rubbers vollangelt. Zwei Texas-Rigs schon weggehängt. Und ich gehe jetzt weiter auf die Tube. So, Homies, es sieht wie folgt aus. Wir haben leider an unserer gewünschten Stelle nicht noch mal ein, zwei Bisse sehen können. Zero. Zero. Aber viele Fische gesehen, waren wahrscheinlich keine Best. Ja gut, wir machen jetzt das, was man Rubbedwater-Driving nennt. Wir machen jetzt richtig hart über den See drüber. Die Welle steht wirklich voll drauf. Es wird ein lustiger Ritt. Aber wir wollen an dem Spot, wo wir wissen, dass da Fisch steht. Und somit dem Johannes und dem Klass dem ein bisschen Konkurrenz bieten. Natürlich ein bisschen Konkurrenz zu bieten. Genau, der Mario sagt das schon. Ja, dann drückt uns die Daumen, vielleicht kommt noch was. Das sind gute Dinge. Alles schön festhalten. Ja, wir angeln jetzt anderthalb Stunden, haben drei Fische, würde ich sagen. Drei schöne, um den Kilo rum, würde ich sagen. Und ich bin ein bisschen gespannt, was die anderen schon gefangen haben. Zwei brauchen wir noch, um komplett in die Wertung zu kommen quasi. Du hast schon ganz schön viele abgeschickt, also Fehlbisse gehabt, vier Stück. Ich habe, glaube ich, nur zwei Fehlbisse gehabt. Ja, Fehlbisse, drei. Drei. Aber man weiß es ja gar nicht. Man merkt ja so viel nicht. Wir angeln hier das erste Mal eigentlich so richtig mit Fluorocarbon in diesen Steinen drin. Ich habe ein bisschen Schwarzfaschafraken. Ich habe in Bolsena geangelt, aber das ist ein ganz anderes Angeln. Da fischt er im Kraut über relativ reinem Grund. Also steinfrei irgendwie. Und hier ist es immer dauernd. War es jetzt ein Stein, war es ein Biss? Ich habe schon tausendmal umsonst angeschlagen, aber halt bestimmt auch 20 Mal nicht zur rechten Zeit. Ja, das Gefühl habe ich halt eben auch. Das ist halt Neuland auf jeden Fall. Aber macht hier viel Spaß. Ja, es macht echt so viel Spaß, weil es halt eben was Neues ist. Also man angelt hier auch ganz anders. Also ich angle sonst auf Zanderhecht und so immer relativ aggressiv, auch auf Barsch. Hier schleife ich den Köder ja wirklich fast nur über Grund. Und ja, man merkt richtig, wenn Steine kommen, dann schleift man den so rüber. Und oft ist es so, wenn man den über den Stein geschliffen hat und er hinter dem Stein runterfällt, der Jig oder eben das Teck das weg, dann kommt der Biss. Das hat uns der Guide gestern auch gesagt, die stehen halt echt extrem an der Struktur. Gestern hatte ich auch einen Fisch, der hat irgendwie unter einem Stein gestanden oder so. Der hat sich den Köder gepackt und direkt wieder zurück in seine Höhle. Hatte den dran, hab gemerkt, oh Stein, dachte, es ist ein Riesenfisch. Und dann meinte der Guide aber, hey, der ist unter den Stein geschwommen. Du musst ihn jetzt irgendwie da rauskriegen. Hat dann auch geklappt, aber das ist echt was Neues und macht unglaublich viel Spaß. Der ist süß, oder? Ein bisschen vorhalten, dass man sieht. Was gut ist, wir haben nicht gesagt, dass wir eine Größenbegrenzung haben. Deswegen kommt der kleine Süße auch erstmal in die Leih vor. Der hat bestimmt auch 200 Gramm. So, ist der nächste gute Fisch auf dem Spinnerbait im Kescher. Wir haben einen Spot gefunden, den wir auch schon kannten von den letzten Tagen, wo relativ viel unter Wasserstruktur ist. Und genau diese kommt jetzt auf 9 Metern in der Mitte bis zu 1,5, 2 Meter hoch. Und diesen Spot befischen wir quasi von Entfernung mit Crankbaits. Bei ihm jetzt der Spinnerbait. Hat röse Farbe. Genau dieser Kollege, der läuft. Der ist doch ein schöner. Im Vergleich zu dem kleinen eben. Vor allem geiler Biss. Ja. Ja, geiler Biss. Ich habe hier eben noch gesagt, die Stelle sieht irgendwie sexy aus. Ja, damit haben wir unsere 5 Fische voll. Schönes Ding. Nicht zu vergleichen mit dem großen von gestern, aber trotzdem schön. Kilo wird er auch haben. Unsere Mission 50 ist damit natürlich noch nicht geschafft, aber macht echt Laune. Ich habe das Gefühl, heute beißt er ein bisschen besser als gestern. So muss der Daumen aussehen. Rauch. Aufgeraut. Das hat Hannes mir vorher gesagt. Wir haben schon kleine Zähne. Kann man nicht mit unserem Barschen vergleichen. So, nächster Fisch. Taktik geht wieder auf, auf den Jig. Kleiner, aber kleiner, aber Fisch. Boom. Sehr gut. Gezählt. Wir geben uns Mühe. Vierter Fisch. Nicht ganz so der Riese, aber egal. Gewicht bringt er. Schauen wir mal. Vierter Fisch. Ein Fisch noch zur vollen Bag. Wir haben noch anderthalb Stunden bis zum offiziellen Treffen. Wenn wir Glück haben, haben wir bis dahin schon unsere Bag voll. Fünf Fische. Denk mal, das ist schon mal eine ganz gute Ausgangsposition für den Mittag. Und vielleicht ein bisschen Druck für die Shimano-Jungs. Move, guys. Move, guys. Move. Ja, Mittag Zwischenstand angucken. Die Jungs haben vier Fische gefangen. Wir haben fünf Fische gefangen. Liegt also nah beieinander. Alejandro wird jetzt erstmal bei denen unser Kameramann aufs Boot gehen und gucken, wie viel Kilo die zusammen haben. und dann kommt die Stunde her weit. Also, ich muss sagen, ich habe nicht so viel dazu beigetragen. Aber mein Gott, so ist es manchmal. So ist es. Kenn ich ja. Ich habe halt keinen Drive dazu. Ich habe noch nicht mein System gefunden, ehrlich gesagt. Den Daumen muss ich mir noch erarbeiten. Mein Daumen ist noch relativ lang. Aber dafür hast du die letzten Funde immer besser gefangen. Das heißt, es gleicht sich auch. Der kleinste zuerst. Umgerechnet 400 Gramm. 2,22 Tja, Jungs, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Allerdings nur für euch. Ihr habt mit fünf Fischen definitiv auch mehr Gewicht als wir. Ich habe es schon mal kurz zusammengerechnet. Unser Gewicht liegt in Summe bei 1,61 Kilogramm allerdings. umgerechnet und das Gewicht von Team Shimano Berlin liegt bei 3,27 Kilogramm. Also um einiges mehr. Ja, jetzt führen wir halt relativ deutlich. Aber der Schwabe ist ein starker Angler, das wissen wir ja. Und der kommt hinten raus noch ganz gewaltig. Insofern müssen wir jetzt auch ein bisschen Gas geben noch. Vor allem ich. Ich darf auch mal noch ein paar Fische zulegen hoffe ich. Fängst den Großen gleich. Schauen wir mal. Ich bin guter Dinge, dass da noch ein bisschen was kommt. ein bisschen Schrei. Ich Deutschen kann leise die autre Untertitelung des ZDF, 2020